Hallo, ich bin die Magdalena und ich bin die Adriana und wir besuchen die Musikschule Stelhofen beim Herrn Brausneck. Die Gitarre besteht aus dem Körper mit dem Schallloch, aus dem Gitarrenhals mit dem Griffbrett und mit dem Kopf mit dem Wirbeln. Die Gitarre hat sechs Seiten, das E, das A, das D, das G, das H und das E. Man kann es sich so merken mit einem kleinen Sprüchlein und das geht so. Ein, Alter, Dackel, Gehen, Honig, Essen. Wir schlagen mit den Fingern die Seiten an. Wir greifen mit der linken Hand auf den Griffbrett. Wir spielen jetzt für euch noch das Stück Alt MacDonald. Wir spielen jetzt für euch noch das Stück Alt MacDonald. Wir spielen jetzt für euch noch das Stück Alt MacDonald. Vielen Dank.